jetzt ist eine video hier auf meinem kanal heute sind heute gibt es wieder ein neues chest opening lang ist es her aber heute gibt es endlich wenn man wo das krieg im shop zum kaufen und auch zu ziehen und ein paar kisten habe ich noch zusammen vom letzten mal von lisa sie ist im ball posten klaretz ist noch mal changes oder so und ich glaube ich sollte natürlich relativ schnell ziehen ich hoffe ich ziehen jetzt im video ist wenigstens nicht so lustig wenn er gar nicht rauskommen würde aber ich bin guter dinge kostet habe ich im shop ja das ist ein bisschen sehr teuer aber ich glaube ich hätte genug es um ihn zu bekommen ich würde sagen wir warten ja nicht lang und schauen mal ob man gleich mal früh drin ist gar nicht sehr geil dann hätten das sind dann und das warten auch ein ende ja sehr wichtig jetzt mag ich auch gerne mit die zeit wo damals noch ich habe mich auch wirklich noch nicht gut soll jetzt aber zuerst mal da ganz entspannt zwei boxen auch ich muss zuerst die mega box ok 600 münzen 600 münzen ist auch schon sehr wie so dann würde ich sagen gehen wir da jetzt einfach nach der reihe vor und hoffen dass wir ihn da gleich mal rausziehen das war nur boni aber 500 münzen ist auch wild bis jetzt noch gar kein weg marken verdoppel sollten jetzt auch schon hunderte haben let's go es ist ein bisschen später ich hoffe man habe ich eine geschütze ja doch ich musste alle geld schützen es da war eigentlich haben aber ich bei den belstern wenn nicht daran sitzt mega fällig jetzt haben wir wieder endlich alle und das heißt jetzt kann ich dann auch mal alles andere noch aufmachen was ich so habe dann können wir nicht glaube ich gleich mal max das mit dem nächsten ausgeht 200 250 aber auch 1500 50 insgesamt wir haben zwar sehr viel aber ich könnte sogar gar nicht reichen oder ob es müsste sich ja nicht ausgehen 625 wir haben auch das gadget noch ziehen wir haben noch 37 sachen das soll jetzt ja nicht alles locker ausgehen ich hoffe das gadget jetzt zu ziehen es wäre schon ein bisschen zu will glaube ich geworden wir sollten dann gleich bauer acht haben da kann ich das auch gleich fachs vorhalten wer hat es nämlich in seine wieder nicht geschafft ihn zu maxen ich sollte das eigentlich hinbekommen ich will sich verschreien jetzt aber es sollte sich eigentlich ausgehen aber acht ist ja schon mal jetzt wieder nicht mal mehr 400 zum maxen jetzt wird es auch mal cool gleich zu bekommen beim max ist er jetzt gleich das ist eigentlich nur münzen die ich rausziehen kann ich will eigentlich nichts jawohl ok perfekt da ist das gadget oha jetzt 100 prozent wo der fach wie stark ist dieser vorlaupt so wir haben auch jetzt bauer 9 das heißt er hat ja auch nur eine star war bis jetzt ja wohl hat eine star power es wäre jetzt schon gut damit die auch noch ziehen könnten 21 sagen aber noch ich kann muss nicht mal alles öffnen vielleicht kommt er jetzt sogar gleich die star power muss ich nicht mal alles öffnen und bitte gern ich will noch was sparen vielleicht nächstes mal aber jetzt wird schon langsam eng da haben wir noch sieben stück und können letzte kiste dass wir das ja auch noch mal ich bin ich bin sie haben bitte wenn sie oh no oh no ja 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 das ist das ist glücklich alle gegen das bereich erhalten zehn prozent das heißt wir haben jetzt genau alles durch was ich schon angespart habe und habe ich mal ganz schnell merkt genau so muss ein geschenk aufhören oder genauso muss es laufen genauso sieht es aus vergesst auch nicht leute die bonus von championship läuft aber auch immer noch weiter das video kommt nun mal zwischendurch einfach geil von chest opening alles mal zu öffnen jetzt bin ich wieder mal leer gefühlt mit den boxen alles geöffnet was es so gibt was ich so gehabt habe aber es hat sich ausgezahlt ein gefühl gleich max nach 30 spielen und ja das was er schon von diesem video ich hoffe doch gefallen mir jetzt viel bock gemacht immer so fest opening ich danke fürs einschalten ciao